Aber wie komme ich denn jetzt bitte? Hallo? Aha! Hier passiert nichts, aber da... Okay, dann bin ich den Weg jetzt mehr oder weniger umsonst gegangen. Okay, wo bin ich jetzt? Irgendwo außerhalb? Okay, ich wollte jetzt erstmal links gehen. Das ist eh versiegelt. Hm. Dann gibt's erstmal... Oh, da drüben sehe ich doch einen. Und bevor der mir auf den Kriegs geht... Wird der doch mal vernichtet. Uah! Hm. Ach, verdammt, jetzt bin ich voll reingerannt. Okay. So, die Frage ist jetzt... Wo geht's hier weiter? Ähm. Ach, genau, aufs dritte Auge. Von wo schießt der? Aha. Okay. Ich bleib hier auch mal stehen. Damit ich den irgendwie treffen kann. Komm schon, bleib doch mal stehen. Oh. Äh, 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 ganz vergessen, wie, wie stark so'n blöder Wookie-Bogen ist. Oh, am Anfang der neuen Mission. Ah, hm. Ja, okay. Ja, das wird schon irgendwie hinhauen. Immerhin weiß ich ja jetzt, wo ich hin muss. Wir müssen zum Schiff. Und jetzt... Speed. Und nein. Na komm, mach schon. Hol mal den Aufzug, oh na. Machtgeschwindigkeit. Wird mir zwar nicht viel helfen, aber ich... Kann zumindest ein wenig abhängen. Ah, da ist ja mein Baby. Ja, ich hoffe, die haben sich gut um sie gekümmert. Ich brauche nur eine Minute. Wie sieht's aus? Ja, lass den haben am Ende tippen. Sieht nicht so aus, als könnten wir hier einfach wegfliegen. Das Schiff ist mit Magnethalterung befestigt. Und dazu haben sie noch einen starken Fangstrahl aktiviert. Damit würde ich klarkommen, aber das löst noch nicht das Hauptproblem. Der Eingang zur Startrampe ist verschlossen. Und sie werden ihn nicht öffnen, wenn wir höflich darum bitten. Du musst die Flugsteuerungszentrale finden und die Tür zur Startrampe öffnen. Du machst dich besser gleich auf den Weg. Ich schätze, dass wir uns hier in Kürze auf Besuch einstellen können. Viel Glück, Heil. Danke, Lang. Gut, dann fahre ich mit dem Aufzug ein wenig runter. Aha, okay. Hm. War da nicht irgendwo ein Granaten? Heini? 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 Verdammt. Verdammt. Wow, 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 wow. So, jetzt zieht er mir da gerade nicht ein bisschen viel. Das ist echt ein bisschen viel, was er mir gerade abzieht. Fuki Blaster. Okay, wenn ich mal sehe, ob ich den damit kriege. Na, nicht ganz. Wenn ich den da hinwerfe. Oh. Dann fällt er durch. Hm. Das ist jetzt echt blöd. Ich lade das lieber nochmal und speichere dann, bevor ich runtergehe, damit der mir da unbedingt... Da, keine Ahnung, meinen ganzen Schutz zerlegt und mein Leben noch runterklopft. Wie blöde. Rutschung, Rutschung, Rutschung. Wir müssen zum Schiff. Run. Augen auf. Überraschungsangriff. Verdammt. Blau, es liegt in dieser Richtung. Hm. Okay, jetzt müssen wir nochmal die Waffe aufladen, Waffen aufladen an Munition. Sehr gut. Lauf, jetzt mach ich mal wieder einen auf Speedy. Und das ist alles. Ah, da ist ja mein Baby. Ja, ich hoffe, die haben sich gut um sie gekümmert. Ich brauche nur eine Minute. Wie sieht's aus? Sieht nicht so aus, als könnten wir einfach wegfliegen. Das Schiff ist mit Magnethaltung befestigt und dazu haben sie noch einen starken Fangstrahl aktiviert. Damit würde ich klarkommen, aber das löst noch nicht das Hauptproblem. Der Eingang zur Startrampe ist verschlossen und sie werden ihn nicht öffnen, wenn wir höflich darum bitten. Du musst die Flugsteuerungszentrale finden, die wir zur Startrampe öffnen. Du machst dich besser gleich auf den Weg. Ich schätze, dass wir uns hier in Kürze auf Besuch einstellen können. Viel Glück, Hall. Danke, Hall. Du wärst schon längst unterwegs, wenn du mich nicht so lange aufgehalten hättest. Gut, jetzt speichern. Damit ich das Ganze nicht nochmal machen muss. Die Frage ist jetzt. Da oben, der ist weg. Komischerweise. Moment, wir stehen jetzt. Jo, erwischt. Nur noch die Frage, ob da einer kommt. Also ich denke mal eher nicht. Das Erste. Komischerweise scheint da oben einer zu laufen. Oh ne, da ist einer im Moment. Ja. Ja, Streitschuss, aber ich habe ihn erwischt. Das ist die Frage. Ob hier irgendwo wer ist, ob ich mich noch überraschen könnte. Nee, die Tür ist zu. Okay. Hm. Ja, es ist jetzt die Frage, ob ich in die richtige Richtung gehe. Oder nicht. Schade, dass ich da nicht hochkomme. Ich habe auch. Ich habe ja auch. So groß. Oh cool. Kein Versteck. Und ich dachte schon. Ich dachte schon, ich hätte jetzt endlich mal ein Versteck erwischt. Okay.